Willkommen zu Tacheles aus Breckerfeld. In der Bibel wird das Volk Israel konstant von irgendwem immer wieder gehasst. Gott selber bekommt natürlich auch eine enorme Portion Hass ab. Aber wie ist das eigentlich mit dem Hassen? Ist jeder Hass böse, verwerflich und Sünde? Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung zu sagen. Und genau das sollten wir als Christen ja eigentlich zu jeder Zeit tun. Im Buch der Sprüche im achten Kapitel begegnet uns ein sehr interessanter Vers. Es ist der 13. Vers. Dort heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. In einer anderen Übersetzung wird dieser Vers sogar noch stärker ausgedrückt. Da heißt es, Furcht des Herrn verlangt Böses zu hassen. Wir haben als Christen im letzten Jahrzehnt verlernt, das Böse zu hassen. Wir haben es erst toleriert und mittlerweile sogar ganz schön akzeptiert. Die Christenheit ist auf dem besten Wege dazu, Böses nicht nur zur Norm zu machen, sondern auch zum Vorbild zu erklären. Zu hassen im Hebräischen, Sané, meint etwas persönlich zu seinem Feind, zu seinem Gegner oder Widersacher zu machen. Es ist das Böse, das wir uns zum Erzfeind im Alltag machen sollen. Unser Vers aus den Sprüchen sagt uns genau, was damit gemeint ist. Stolz, Übermut, Hochmut, schlechte Taten, Unrechtes tun und Lügen. Ja, wenn wir diese Dinge hassen, dann ehren und fürchten wir unseren Herrn. Wer die Worte der Bibel verdreht oder missbraucht und für seine progressive Agenda umdeutet, lebt eine fatale Lüge. Und diese Tat zu hassen, ist laut Sprüche 8, Vers 13 nichts Verwerfliches. Im Gegenteil sogar. Reden wir jetzt mal Tacheles. Ich frage Sie ganz unverblümt. Wie stehen Sie zu der Tatsache, dass die Furcht des Herrn es erfordert, bestimmte Dinge zu hassen und nicht schön zu reden? Dieser Frage müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin seien Sie doch ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Ihr Johannes Vogel Und bis zum nächsten Mal mit Tacheles. Vielen Dank.